Letztes Beispiel, das ich geben möchte, Apostelgeschichte 8, Vers 37. In Vers 36 heißt es, als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich getauft zu werden? Und das ist eine sehr gute, eine sehr wichtige Frage in Vers 36, was hindert mich getauft zu werden? Also hier finden wir die Antwort dann im nächsten Vers, was die Voraussetzung für die Taufe ist. Weil es heißt in Vers 37, wenn du eine richtige Bibel liest, dann heißt es, da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also was ist die Voraussetzung, getauft zu werden, zu glauben? Was machen aber NGÜ, Hoffnung für alle, Gute Nachricht, NEÜ, Luther 2017 und weitere, was machen die? Die lassen Vers 37 ganz einfach weg. Der wird gelöscht in diesen Bibelperversionen. Sie greifen wieder Gottes Wort an und sagen, ach, das ist nicht Gottes Wort, das gehört nicht dazu. Sie lassen einen ganzen Vers weg. Und weißt du, was witzig ist? Die Vers Nummer 37, die wird aufgeführt. In vielen Ausgaben, da steht dann aber nichts. Also mit anderen Worten, sie halten sich an die traditionelle Verszählung, aber sie lassen einfach den Text weg. Vers 37, sie lassen den einfach weg. Nun, wenn sie sich wirklich so sicher wären, die Leute dahinter, dass Vers 37 nicht dazugehört, warum ändern sie dann nicht einfach die Verszählung? Aber sie können sich eben gar nicht sicher sein, weil ja nächstes Jahr wieder irgendwas Neues ausgegraben werden könnte, wieder irgendein neuer, toller Fund kommen könnte, der dann auf einmal alles verändert. Sie haben nicht die Bibel, sie glauben nicht an Gottes Wort, sie glauben nicht daran, dass Gott sein Wort bewahrt. Das Problem ist, mit diesen modernen Bibelübersetzungen, sie basieren nicht auf dem traditionellen Urtext. Sie basieren auf verfälschten Texten, die ausgegraben werden, wo dann einfach behauptet wird, oh, jetzt müssen wir die Bibel ändern auf einmal, weil wir was Neues ausgegraben haben. Aber wenn gerade etwas ausgegraben wurde, was dem traditionellen, seit hunderten von Jahren vertrauten Text widerspricht, dann ist es nicht Gottes Wort, logischerweise, sondern es ist eine Verfälschung.